2020 war für uns alle ein Jahr der besonderen Herausforderung. Covid-19 ist ein echter Stresstest für den Zusammenhalt in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft und für die Zukunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen. Wir als LEG haben diese Probe dank des beherzten Einsatzes unseres Teams und dem Miteinander mit unseren Kunden hervorragend gemeistert. Unser Fokus auf gutes Wohnen zu bezahlbaren Preisen in Deutschland hat sich als belastbar erwiesen, in finanzieller und in strategischer Hinsicht. Zudem haben die eigene Wohnung und das direkte Wohnumfeld in Corona-Zeiten selbstverständlich weiter an Bedeutung gewonnen. Generell gesprochen sind wir relativ gut mit der herausfordernden Situation der Pandemie zurechtgekommen. Mit unserer durchschnittlichen Miete von 5,96 Euro pro Quadratmetern sind wir deutlich günstiger als der Durchschnitt. Trotz der moderaten Durchschnittsmiete tun wir sehr viel für unsere Bestände. 2020 haben wir insgesamt 41 Euro je Quadratmeter investiert mit Schwerpunkt auf Wohnkomfort und Klimaschutz. Besonders wichtig war uns, dass wir unsere Kunden frühzeitig durch den Verzicht auf Mieterhöhungen und weitere Maßnahmen entlastet und unterstützt haben. Gleichzeitig haben wir den Einsatz unserer Belegschaft mit einem Corona-Bonus von insgesamt 1.500 Euro pro Mitarbeiter honoriert. Nicht zuletzt setzen wir auf maßvollen Neubau. Wir haben pandemiebedingt im Sinne unserer Kunden zeitweise freiwillig auf Mietanpassungen verzichtet und teilweise ganz bewusst Modernisierungsprojekte zurückgestellt. Mietausfälle, Zahlungsverzögerungen und auch Mietminderungen halten sich seit Beginn der Pandemie jedoch in sehr überschaubaren Grenzen. Sie betreffen nur circa ein Prozent unserer Mietverhältnisse. Hier zeigen unsere und auch die vielen staatlichen Hilfsmaßnahmen spürbare Wirkung. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Wohnraum deutschlandweit nach wie vor sehr hoch. Im Geschäftsjahr 2020 haben wir eine relativ starke Performance gezeigt und haben daher sowohl unsere finanziellen als auch unsere operativen Ziele erreicht. Dazu vielleicht ein paar Highlights aus unseren aktuellen Geschäftszahlen. Der FFO1, unsere zentrale Kennzahl steigt um 12,3 Prozent auf rund 383 Millionen Euro und übertrifft somit unsere Gewinnprognose von 370 bis 380 Millionen Euro. Wir haben 2020 zudem rund 9.500 Wohnungen angekauft und damit ein sehr hohes Wachstumstempo vorgelegt. Durch die Integration der bereits 2019 angekauften Wohnungen haben wir insgesamt deutlich mehr Mieter eingenommen. Die durchschnittliche Istmiete auf vergleichbarer Fläche stieg dagegen und zwar ganz nach unseren Planungen nur sehr maßvoll um 2,3 Prozent. Wir haben das beste Vermietungsergebnis erreicht, seitdem die LEG ihre Zahlen für die gesamte Gruppe veröffentlicht. Der Leerstand lag auf vergleichbarer Fläche zum Jahresende 2020 bei nur noch 2,6 Prozent, was wirklich nur noch dem wechselbedingten Leerstand entspricht. Unsere EBTA-Marge, Maßgröße für unsere operative Effizienz, lag mit 74,4 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert. Ein Anstieg von stolzen 166 Basispunkten. Die durchschnittlichen Zinskosten konnten wir nochmals senken. Wir sind langfristig solide finanziert und die Nettoverschuldung in Relation zum Immobilienvermögen, das, was wir LTV nennen, lag zum Bilanzstichtag bei 37,6 Prozent und damit deutlich unter unserer Zielvorgabe von weniger als 43 Prozent. Eine der wichtigsten strategischen Weiterentwicklungen ist sicherlich, dass wir uns durch unsere Zukäufe sukzessive neue regionale Märkte in Westdeutschland erschließen. Dabei haben wir manche Einheiten, deren Erwerb wir bereits 2019 vertraglich vereinbart hatten, erst 2020 in unseren Besitz integrieren können. Dadurch stieg die Zahl der LEG-Wohnungen nun 2020 insgesamt sogar um rund 11.200 Einheiten auf rund 144.500 Einheiten. Deren Anteil außerhalb von NRW ist davon von 3 Prozent Ende 2019 auf 8 Prozent Ende 2020 gestiegen. Unsere Kunden von Mannheim bis Flensburg können sich darauf verlassen, dass wir ihnen gutes Wohnen zu fairen Preisen bieten und unserer gesellschaftlichen Verantwortung als großer Vermieter nachkommen. Daher möchte ich an dieser Stelle einmal betonen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Auch unser Neubauangebot im Bereich des zeitgemäßen bezahlbaren Wohnens haben wir 2020 weiter ausgebaut und vier Neubauprojekte mit insgesamt 260 Wohnungen angekauft. Alle davon an bestehenden Unternehmensstandorten, beispielsweise in Köln und in Düsseldorf. Das meiste davon ist sozialer Wohnungsbau. Ja, besonders beschäftigt und bewegt hat uns 2020 ganz klar das Thema Nachhaltigkeit. Vor allem in Verbindung mit unserer Verantwortung in Zeiten von Corona. Daher haben wir auch einen besonderen Fokus auf das Soziale gelegt. Am 21. März haben wir unser 10-Punkte-Papier veröffentlicht und auf dessen Basis unsere Kunden und unsere Mitarbeiter bisher ganz sicher durch diese Krise begleitet. Besonders hervorheben möchte ich die mit einer Million Euro budgetierten Corona-Hilfsmaßnahmen unserer Stiftung Dein Zuhause hilft. Für mich eine echte Herzensangelegenheit. Insgesamt wurden 28 Projekte gefördert, die verschiedensten, besonders von Corona betroffenen Gruppen zugutekommen. In Zusammenarbeit mit namenhaften, karitativen Partnern hat die Stiftung unter anderem an fast allen großen LEG-Standorten Einrichtungen der Jugend, der Familien und der Seniorenhilfe sowie der freien Wohlfahrtspflege unterstützt. Im Bereich Bildung und Erziehung hat sie Schülerinnen und Schülern Zugang zum digitalen Unterricht ermöglicht. Und mit 50.000 Euro wurde mit und für die Tafeln NRW ein Corona-Nothilfefonds gegründet und vieles, vieles mehr. Und natürlich schützen und unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis zu 80 Prozent nutzen die Möglichkeit für Homeoffice-Tätigkeit zu flexiblen Arbeitszeiten. Für Tätigkeiten vor Ort in den Quartieren gibt es ganz klare Sicherheitsanweisungen und angepasste Arbeitsprozesse. Seit Februar erstatten wir als LEG die Kosten für Corona-Schnelltests. Im Frühjahr 2020 haben wir unseren Mitarbeitern mit Kindern über 4.400 bezahlte Betreuungsstunden ermöglicht. 2020 haben wir uns außerdem noch stärker für den Klimaschutz engagiert, was mir als Vater zweier Kinder selbstverständlich sehr am Herzen liegt. So haben wir fast 6.200 Wohneinheiten im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen energetisch ertüchtigt. Das entspricht ungefähr 4,3 Prozent unseres letztjährigen Bestandes. Über 4 Prozent, das klingt zunächst einmal wenig, sind aber viel im bundesdeutschen Vergleich, wo es nur knapp 1 Prozent ist. Aber selbst wenn alle Vermieter dahin kommen, wo wir im Augenblick stehen, schaffen wir das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 nicht. Wir müssen kostengünstiger, aber auch viel, viel schneller modernisieren. Und genau das erforschen wir bei der LEG mit unserem Reallabor ganz in der Nähe von Düsseldorf in Mönchengladbach. Gemeinsam mit Profis aus der Bau- und der Anlagenindustrie und in Kooperation mit der Deutschen Energieagentur DENA erproben wir smarte Technologien für das serielle Modernisieren an 20 Gebäuden mit 160 Wohnungen, die danach klimaneutral sein sollen. Abgerundet werden die Leistungen im Bereich ESG von unserer anerkannt guten Unternehmensführung. Damit wir das nicht nur von uns selber behaupten, haben wir unser Compliance-Management-System, das alle einschlägigen Regeln im Unternehmen zusammenfasst, extern zertifizieren lassen. Apropos extern. Eine tolle Bestätigung und ein weiterer Ansporn für unser Nachhaltigkeitsengagement ist unser sehr gutes Nachhaltigkeitsrating, das wir im November 2020 von der renommierten Agentur Sustainalytics erhalten haben. Sie zählte uns als LEG zu den besten zwei Prozent nachhaltiger Unternehmen weltweit. . . . . . Bis zum nächsten Mal.